Hallo, damit herzlich willkommen zu Sachsenetz Player Adventskalender Türchen Nr. 15, 15 und 18. Mit meiner Wenigkeit. Ist heute der 18. Heute ist der 18. Sehr schön. Herzlich willkommen in der letzten Woche vor Weihnachten. Naja, also eigentlich ist ja am Sonntag schon Weihnachten. Willkommen in den letzten Tagen vor Weihnachten. Oh, coole Sache. Meine Hübschen. Am Freitag habt ihr Urlaub. Ab Freitag. In der Regel. Vielleicht auch noch Samstag, ich weiß es nicht, aber in der Regel ab Freitag. Ihr habt es also bald geschafft. Es sind nur noch vier Tage. Wir haben, wie immer, die Gewinner von gestern. Ist ja ganz klar, ich habe heute einen guten Schwank aus dem Tag, weil es war heute wieder Irrsinn. Und dann haben wir hier was zum Zusammenbauen und dann haben wir natürlich auch wieder Gewinne von morgen. Und ihr wisst ja dementsprechend Bescheid. Gestern war ja sehr angenehm. Habt ihr auch in den Kommentaren dementsprechend angemerkt. Ich fand es dementsprechend auch gut. So, ich bin jetzt gerade erst rein. Ich mache jetzt hier für euch den Adventskalender. Ich trinke oben mal ein Schlückchen. Und jetzt bitte keine Diskussion wegen Müllermilch oder irgendwas. Es ist... Hier schmeckt es einfach. Und ja, ich weiß, eine Flasche hat 500 Kalorien, glaube, oder? 64 Kalorien auf 100. 300. Ja, also knapp 500. Irgendwas in der Richtung. Ich weiß. Aber ich habe Müllermilch vorher gesoffen und ich werde so weiterhin saufen. Immer dieser dumme Aktionismus. Das ist schlimm. Ich stelle es am besten. So, also. Ein Schwank aus dem Alltag. Folgendes. Bei mir sieht es ja aktuell aus, als wäre die vierte Infanterie-Kompanie durchmarschiert, weil einer gesagt hätte, er ist wieder da. Es ist momentan pures Chaos hier. So, und das liegt nicht daran, dass hier irgendwas passiert ist. Großartig. Nee. Sondern ich habe jetzt, ich glaube heute, ich kann es jetzt sagen, ich glaube, ich habe heute alle Geschenke, Weihnachtsgeschenke, die per Post raus müssen, in Anführungsstrichen, also, was heißt müssen, ich muss nichts verschenken, aber ihr wisst, was ich meine, die halt versendet werden müssen, weil es zu weit außerhalb ist, sind jetzt raus. Es waren jetzt insgesamt zehn Stück. Ich habe heute die letzten zwei nochmal gemacht. Die waren jetzt in Anführungsstrichen relativ spontan, weil ich hatte kein Verpackungsmaterial mehr, also jetzt nicht mehr zum Ausstopfen, sondern generell keine Kartons mehr dafür. Und deswegen konnte ich das erst heute machen und deswegen bin ich heute einkaufen gegangen. Und Leute, es ist erst am Sonntag, Weihnachten, ne? Aber die Leute sind so dermaßen bekloppt, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich wollte einfach noch ein bisschen Schucki kaufen und auch für meine Oma und für meine Tante so Schucki. Ich habe noch ein paar Gutscheine gekauft, bla bla bla. Und dann wollte ich eigentlich einfach nur in den Zimmermarkt reingehen, um halt die Schucki zu holen. Und für mich heute Abend schöne Käse-Bowos, schöne Backwurst mit Käse und dazu original erzgebirgischer Nudelsalat. Ohne Gurke, ne? Also von daher, Möschalinski, fünf Kassen oder sechs, ich bin mir gar nicht sicher, und alle voll. Alle voll. Voll. Und mit voll meine ich voll. Voll, ne? Also gedacht, oh, Digga, ich will doch nur ein bisschen Schokolade, meine Bockwurst oder meine Käse-Bockwurst und ein bisschen Nudelsalat. Mehr will ich doch gar nicht. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Es hat gedauert und gedauert und gedauert. Und es war, ey ohne Witz, das war mein teuerster Einkauf in den Supermarkt, den ich je gemacht habe. 157 oder 154, irgendwas sowas in der Richtung. Also 150 Euronen. Ich habe gedacht, wo ich das am Ende gesehen habe. Alter, wenn ich mich in der Fahrt, Alter, was hast du alles gekauft? Schokolade. Und mal ganz ehrlich, also schreibt es gerne mal in die Kommentare, ne? Ich bin zwar auch an einem Punkt, ne? Ich bin jetzt ein bisschen sparsam, man muss ein bisschen sparsam sein, ihr wisst das ja, zieht das Ananas, ne? Aber ich lasse es mir nicht nehmen. Lieber spare ich dann bei mir selber. Dann fresse ich halt mal eine Woche nur Nüdeln oder whatever, ne? Aber, ne? Ich lasse es mir nicht nehmen, wenn ich Leuten eine kleine Aufmerksamkeit gebe zu Weihnachten oder generell, um mich für das Jahr zu bedanken, für die Freundschaft, für die Erlebnisse, bla, 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 ne? Dann kaufe ich kein gut und günstig oder irgendwelche Eigenmarken, Billo-Kacke. Ne, dann ist es halt mal Lind oder Mangerie, also hier Ferrero ist das, ne? Oder halt hier diese Mozart-Geschichten, also hier Mozart-Kuchen und so, ne? Und, aber das kostet ja mittlerweile auch eine Asche. Lecko, mio, Mucciato. Ich hab's jetzt leider, das liegt alles da hinten. Ne, aber so eine Schachtel, äh, hier von Mozart, ne? Also wirklich so ein Ding, ne? Aber auch schön gemacht und alles, ne? 15 Euro. Das sind vielleicht 100, 200 Gramm oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Ne, aber Heidi Witzke. Aber gut, da ist es halt dementsprechend so. Muss es ein, sag ich mir, immer wert sein, weil, ähm, ich weiß, es kommt, es wird immer gesagt, es geht um die Geste. Ohne Frage. Und das, das weiß ich auch, dass es um die Geste geht. Aber du machst keine, keine Geschenke, auch wenn es nur Klinigkeiten sind und nimmst dann, äh, irgendwelche Eigenmarkengeschichten. Also das ist, wies ich jetzt nicht, ne? Also dann muss schon, ein bisschen, ein bisschen Premiumqualität halt dann sein. Dann, es muss ja nicht in Masse sein, ne? Aber, also jetzt so, wies ich nicht. Also kann man auch machen, wenn es halt gar nicht anders geht und man will überhaupt was machen, ohne Frage, ne? Aber ich sag mir immer wieder, aus, aus unserer Perspektive, also aus YouTuber Perspektive, da muss das nicht sein. Da muss das, also man, man kann, man kann aufs Geld achten, ohne Frage, aber man sollte nicht geizig, geizig sein. Gerade nicht, wenn es um Gesten, also um Beschenkungen geht, sag ich mir da immer wieder. So, das zu dem Thema. Also wirklich, kompletter Abfuck jetzt schon im Supermarkt. Ich bin gespannt, wie das die nächsten Tage wird. Ohne Witz, ich stelle mich am 24. gehe ich in den Supermarkt. Ich wies es noch nicht, wo, wo genau hin, vielleicht in den Globus, Kaufland, irgendein Ethika-Dings, mal gucken, was da ja in der Nähe ist, whatever. Und ich gehe da einfach nur hin, Richtung Kassenbereich, nehme mir so einen Anglerstuhl, so einen Campingstuhl und setze mich da hin und gucke mir die Scheiße an. Das muss so großartig sein. Und dann gehe ich raus auf die Parkplätze, weißt du, nehme mir so einen etwas größeren Stuhl, setze mich da hin und gucke mir einfach nur so an, wie die, wie es da abgeht. Das muss, also ich habe das noch nie gemacht, ich habe es immer noch von vielen Leuten gehört, also wie viele Leute sich an Weihnachten auf solchen Supermarktparkplätzen die Karren anfahren, das muss ja übel sein, weil es, ja keine Ahnung, Stress haben oder nicht aufpassen oder was weiß ich denn, also das muss ja übelst gestört sein. Ich bin gespannt. Mal gucken, ob ich es mache, ob ich Bock habe oder nicht, aber eigentlich will ich mir das mal, also eigentlich will ich es mal mit eigenen Augen sehen. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Gut, kommen wir zum produktiven Teil und zwar zu den Gewinnern von gestern, die werden jetzt hier eingeblendet. Drei Stück gibt es an der Zahl, Platz Nummer eins ist der Holländer, Platz Nummer zwei der Fraktionierer, wenn ich es richtig ausspreche und Platz Nummer drei der Architekts. Herzlichen Glückwunsch, ihr Süßen, Holländer und Fraktion, ihr habt euch schon gemeldet, Architekts oder so, tut noch nicht, checkt das mal ab, bei euch zu behübschen, schicke ich die Gutscheine im Laufe des Abends irgendwann raus oder spätestens morgen, immer schön mit der Ruhe und für alle die, die sich jetzt im Nachhinein, also die jetzt vor ein paar Tagen gewonnen haben und noch nicht geklämt haben und dann jetzt geklämt haben, ich sehe das alles, ich habe das alles auf dem Schirm, es geht alles nach und nach raus, please hold the line. So, dann machen wir Türchen Nummer 18 auf, hier ist die 19, das ist die 20, hier ist die 18, das ist mal wieder was größeres, ja, schlackert euch schön, das ist mal wieder ein Bauteil mit zwei kleinen Schrauben, oh schön, wieder 20 Minuten, so, und man sieht jetzt auch langsam, dass der Fan nimmt seine Gestalt hier dementsprechend an, so, was haben wir denn heute, Tag 18, erhalten Sie die Seitentanks mit zwei Schrauben für die für sich bereit, zur Montage, drehen Sie bitte das Modell um, ja, jetzt kann ich ja okay eine Rundumleuchten abbrechen, drehen Sie das Modell um und schrauben Sie den Tank mit den beiden Schrauben am Unterboden fest, bitte, Seitenrichtigkeit beachten, sehe Abbildung. Ja geil, kann man es nicht einfach markieren, was jetzt richtig, also was welche Seite richtig ist und was falsch ist, Seitenrichtigkeit beachten, sehe Abbildung. Ja, die Abbildung, die ist blöd sind. Also so ist es erst mal richtig, es geht ja nur auf einer Seite richtig rein, naja, perfekt, sogar mal mit Führungsebene, also mit, ich habe mal die Fingernägel geschnitten, das war eine dumme Idee, so, sehr schön, also ihr seht das gar nicht, ne, geht nur in eine Richtung, sehr schön. Das ist jetzt nicht passiert, ne? Oh Mann, ey. Ja, gut. Ich such mal. Die muss auf dem Boden liegen, weil ich habe sie ja immer rollen, also. Die kann überall sein. Die kann überall. Hab sie. Ich hab sie. So nicht. So nie. So nie, sag ich mir doch immer, so nie. Boah, Digga, was ist denn? Ja, ich mach ja ein bisschen ASMR nebenbei, ne? Mögt ihr das? Ach, komm, höre auf, Alter. ASMR, so weird ist die überhaupt. Habt ihr im Übrigen mitgekriegt, Twitch hat seine Richtlinien zum Thema Nacktheit gelockert, so dass man zum Beispiel in der Kunstebene, also auf der Kunstkategorie, dass man dort Geschlechtsteile zeichnen konnte, ob nur fiktiv oder realistisch. Wisst ihr, was passiert ist? Irgendwelche koreanischen, japanischen und keine Ahnung was für Streamer, also auf jeden Fall nix europäisches oder US-amerikanisches. Ja, haben halt dementsprechend angefangen, Anime und Hentai und so ein gedönst zu zeichnen oder so Fury. Das sind solche, wie jetzt lasse ich Fury, ja solche Füchse und Wölfe mit, naja, mit dementsprechenden Ausprägungen. Fragt einmal eure Eltern, was ich damit meine. Und naja, das hat genau zwei Tage gedauert, das müsste gestern oder vorgestern gewesen sein, dass Twitch wieder zurückgerudert und hat Nacktheit wieder explizit verboten. Herzlichen Glückwunsch, Twitch. Herzlichen Glückwunsch. Apropos Twitch, ich werde die Woche irgendwann, ich bin mir noch nicht sicher wann, werde ich wieder mal live sein nach gefühlten Ewigkeiten. Vor Weihnachten wollte ich auf jeden Fall nochmal mit euch generell quatschen und machen und austauschen und tun, aber heute definitiv nicht. Ich habe ein paar Let's Plays, die ich jetzt noch unbedingt aufnehmen will. Truck Dealer Simulator 2 ist jetzt zum Beispiel rausgekommen oder Hausflipper und so weiter und so fort. So, fester geht nicht, alles klärchen, Traktor steht. Wunderbar, dann würde ich sagen, kommen wir zu den Gewinnen von heute. Hatte gar nicht so lange gedauert. Ist doch schön, ist doch schön. Die sind heute wieder gesponsert bei Giant Software, was hier irgendwo oben steht, links oder rechts. Ich kriege das mit dem Spielverkehrt eh nicht hin. Platz Nummer 1 ist ein Pumps & Hoses DLC. Jawohl, Basisspiel wird benötigt. Platz Nummer 2 ist ein LS22 Heu & Futter DLC. Basisspiel wird benötigt. Und Platz Nummer 3 ist wieder dieses wunderschöne Bundle, was ich euch schon beim letzten Mal irgendwann mal vorgestellt hatte. Bestehend aus Antonio Carraro, das Kubota DLC und das Famer DLC. Wunderbar, Basisspiel benötigt. Link ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke, dass ihr zugeschaut habt. Wir hören uns morgen wieder in alter Frische. Lasst euch nicht ärgern. Habt einen wundervollen Abend und morgen einen schönen Tag. In dem Sinne, tschüss Siegowski, tschüttülü.